Die Entscheidung ist gefallen, Colossos kommt zurück. Wir freuen uns euch endlich die gute Nachricht zukommen zu lassen. Ja, es ist sensationell. Wir freuen uns wie Bolle, dass wir Colossos denn wieder eröffnen können. Jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, wann Colossos nun endlich wieder zurückkommt. Wie im ersten Video schon zu hören war, ist das ein langer Prozess aufgrund von Lieferzeiten und Ingenieurskapazitäten. Dennoch haben wir schon im Vorfeld erste Schritte in die Wege geleitet, obwohl die Entscheidung nur ausstand, in weiser Voraussicht, so dass wir 2019 endlich wieder gemeinsam Colossos fahren können. Dazu haben wir uns wirklich lange Gedanken gemacht und auch viele Überlegungen angestellt. Unter anderem auch die Frage, soll es wieder eine Holzachterbahn werden oder eine Hybridcoaster. Wir haben uns nach reichlicher Marktforschung entschieden, dass wir wieder eine Holzachterbahn bauen, weil das war das Ergebnis der Fans und der Marktforschung, die gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall wieder das Original zurückhaben. Insofern werden wir eine Bahn bauen mit einer Holzschiene. So viel kann ich zum jetzigen Zeitpunkt verraten. Es wird außerdem noch viele Neuerungen geben, spannende Geschichten, die wir aber erst nach und nach mitteilen und verraten werden. Während wir 2018 ein Colossos für euch bauen, könnt ihr unsere anderen Attraktionen, Scream, Desert Race, Krake, Limit und so weiter und so fort genießen, die gesamte Saison über und unsere neu geschaffenen Zwill-Events erleben. Das Ganze mit dem Zwill-Season-Pass. Einmal Eintritt zahlen und die gesamte Saison Spaß haben. Ich weiß, es haben alle wirklich auf diese Entscheidung hingefiebert und haben sich wochenlang und monatelang gefragt, wann es endlich Neuigkeiten zu Colossos gibt. Können wir total nachvollziehen, geht uns hier genauso. Wir haben wirklich hart dafür gekämpft und können jetzt die freudige Nachricht überbringen, dass wir Colossos wiederkriegen. Und ihr könnt euch gewiss sein, wir freuen uns hier mindestens genauso wie ihr. Wahrscheinlich noch ein kleines Stück mehr. Muss-Gitsu-Knighters